Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns im Little Fashion in der Sporgasse 29 im Herzen der Grazer Innenstadt. Uns gibt es seit 2016 hier in der Sporgasse. Bei uns gibt es Mode für Babys und Kleinkinder, wie zum Beispiel Pumphosen und Kleider, T-Shirts und auch Taschen aus Planenmaterial und nebenbei haben wir Accessoires, wie zum Beispiel Mutter-Kind-Pass-Hüllen oder Schnullertaschen. Uns ist die Qualität sehr wichtig, deshalb setzen wir auf hochwertige Materialien wie Bio-Baumwolle. Das Little Fashion ist ein Teil von Pumente Steiermark. Pumente Steiermark bietet sozialpsychiatrische Dienstleistungen in der gesamten Steiermark an. Bei uns werden alle Produkte von Personen mit psychosozialen Schwierigkeiten von Hand genäht und auch von ihnen im Shop verkauft. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!